So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun wollen wir hier die liebe Ellie retten. Na, gleich Munition wieder einstecken. Das war's schon wieder mit Munition. Wunderbar. Klasse, ne? Äh, ja. Gehen wir hoch. Wäre erstmal ein gescheiter Laufen aus. Damit wir hier nicht... So, wir verlassen. Wunderbar, die Küche. Er scheint sich noch nicht ganz so fit zu fielen, glaube ich. Ja. Alles klar, dann, ähm... Ja, wollen wir doch mal raus hier. Ist natürlich kein Mensch hier. Okay, liegt vielleicht dran, dass alle gerade dabei sind, Ellie zu essen oder so. Wo ist sie hingelaufen? Ja, für rum zu peifen. Bup. Ich lock da nur die ganze andere Teppe an. Ist hier niemand. Vielleicht liegt das. Also, das war jetzt unfair. Das war, hallo. Schießt mich auch noch aus dem alten Knacken. Wo ist sie? So, wo schleicht der jetzt rum? Mal kurz heilen. Und gleich nochmal eins bauen. So. Ordnen. Na gut, auf die Distanz wäre es vielleicht klüger. Das Jagd wäre ein guter Ding. Ey, den kann man ja eigentlich nichts verreißen, wenn man so drüber nachdenkt. Vorne Ränderung. Das war gar nicht so schlecht, ne? Das war wiederum scheiße. So. Der Kacke, ja. Mauerplatz. Treffer. Er ist gefährlich. Ui. Ui. Wo kommen die alle her? Okay, 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 okay. Ja, dann renne ich so schnell da rum, dann tut es ja auch nicht weh. So. Einfache Physik. Wo haben wir denn hinten jemanden sitzen? Gib mir Decker. Er ist hier drüben. Oh, scheiße. Treffer versenkt. Ich sollte doch auf die Jagd gehen. Wie kommt der da? War der schon die ganze Zeit da rum? So. Ach, war es nur noch einer? Gut, du verdammter Scheiße. Aber egal, mehr habe ich jetzt nicht gebraucht. So. Schrotflinte, bitte. Gut. Ich muss echt sagen, der verschissenen Schrottwinde kann ich mir einfach nichts anfangen. Dafür bist du deinem Versteck. Dafür wirst du das sein. Komm raus aus deinem Versteck. Komm. Komm. Nachladen, nachladen. Nachladen, nachladen. Also, ich sehe die Munition nicht wirklich. Und so weiter und so fort. Das nennt sich Planung. Schön im Voraus geplant. Ich bin voll schwer, Jagdgewehr-Munition oder so. Aber die haben ja alle nur Knarren. So ein kleiner Revolver. Das ist so ein Scheiß. Hallo. Oh, da liegt ja noch was. So. Haben wir hier irgendwo noch solche Leute oder so rumrennen, hüpfen, fliegen. Falterknopf. So. Habt dich, Arschloch. Mach ihn kalt. Halt dich fest. Halt dich, Arschloch. Scheiße. Ganz tief. So. Jetzt haben wir uns immer gekrallt. Was willst du von mir? Was soll ich? Du bleibst hier. So. Okay. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Ja. Fuck. Aua. Sieh her. Au. Ich hole mir die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt. In der Stadt. Ja. Oh. Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon. Da ist es. Er bestätigt das. Frakel doch. Na los. Ja, ja. Das ist auch ein sehr liebevoller Mensch, dieser. Schöner Köl. Mach hier auch mal. Verdammte Scheiße, Mann. Er hat dir doch alles gesagt. Von mir erfährst du einen Scheißdreck. Ist schon okay. Ich glaub ihm. Nein. Mach schon auf. Na los, komm. Hör auf damit. Ah. 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 Alter. Ich hab dich gewarnt. Ich bin infiziert. Ich bin infiziert. Wirklich. Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck's dir an. Ich mach das Spiel mal mit. Äh. Was hast du noch mal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Sieht verdammt echt aus. Dauer. Alter. Wie lange geht's ja richtig? Ab hier. Okay. Ich will nix sagen, Mädel. Aber wenn du mit dem Messer kommst, dann lass mal. Mann. Was ist denn bloß los mit denen? Gehst du hin, Alli? Scheiße, 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 scheiße. Ich brauch ne Waffe. Ja, definitiv brauchst du ne Waffe, Mädel. Okay. Ich schaff das. Ich tu mal kurz den Kopf bewegen. Och, die Energie sieht doch ganz okay aus. So, knarren hat mir gar nichts hier. Das ist richtig scheiße. So, Leute. Geht's hier irgendwie weiter? Dann muss ich wieder hier raus. Weil wenn ich hier raus muss, das ist ein bisschen scheiße. Drüben ist noch ne Tür. Mist, verschlossen. Kacke. Dann bleibt mir nur noch diese Tür hier. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Ohne Witz in die Ritze. Hier kommen wir irgendwie dazu. Goodbye, ne? Ohne Waffe. Oh, draußen schleicht da rum. Oh, oh. Der alte Wechsel. Oh, es sind sogar mehr. Ach du Scheiße. Ich brauch unbedingt ne Knarre so langsam. Es wird echt Zeit. Weil nur mit nem Messer kann ich hier irgendwie gar nix anfangen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist denn da draußen? Los. Das ist Halligalli da draußen. Da ist Polen offen. Ich brauch ne Knarre. Ich brauch ne Knarre. Die Kleine hat unsere Männer getötet und sie ist infiziert. Komm schon. Beweg dich mal ein bisschen weiter vor, du. Ich will deine Knarre haben. Wo ist die Kleine? Was ist das ein Witz? Mit einer Kugel wollt ihr mich verarschen oder was? Oh, der ist ja gar nicht allein. Das ist doch blöd. Das ist ja so ein bisschen geschickt geworden. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. ... Ich werde dich finden. Uhuh, war schnell zum Heilen hier. das ist ja eine wahrhaftig große scheiße steht irgendwie nur ein kommt jetzt rein aber sowieso beschissen eigentlich dass die hier irgendwie alle keine munition haben außer der eine typ stein anfangen also sind ja braut hier konnte ich waffen hatte ja eigentlich so wie keine jungs die verlieren alle gar keine knarren eine einzige gehabt eine einzige knarren mit einer kugel damit wäre ich hier nicht alles weit gekommen scheiß nicht um hier keine waffen schissene stürme okay richtig kacke Da oben schleicht sich wieder einer herun, den schallt mal aus, aber das Ganze erst in der nächsten Folge, bis dahin, macht's gut und haut rein!